Willkommen im Autohaus Inoklu. Mein Name ist Jannik Herber und ich möchte Ihnen heute diesen Mazda CX-5 2 Liter mit Allradantrieb vorstellen. Das Fahrzeug besitzt LED-Scheinwerfer, Parksensoren vorne und hinten, 17 Zoll Alufelgen und jetzt kommen wir noch zum Innenraum. Im Innenraum finden wir ein Multifunktions-Lenkrad, eine 6-Gang-Schaltung, 2-Zonen-Klima-Automatik und ein Navigationssystem. Sollte ich Ihr Interesse geweckt haben für dieses Fahrzeug oder eins der anderen, dürfen Sie sich gerne bei mir melden. Mein Name ist Jannik Herber. Autohaus Inoklu. Die Familie Inoklu und ihre Teams vom Verkauf und der Mehrmarkenwerkstatt freuen sich auf Ihren Besuch.